Hallo, herzlich willkommen zu ORF TV. Matthias Orff mein Name. Von unserem Kümmer-Service hast du vielleicht schon mal gehört. Was heißt denn das ganz konkret? Das heißt ganz konkret, dass wir dir deine Daten von deinem alten auf dein neues Smartphone überspielen. Dabei spielt es zum einen keine Rolle, ob es sich um Neu- oder Gebrauchgeräte handelt und es spielt auch keine Rolle von welchen Hersteller die sind. Also ob es ein Huawei ist, das zu Apple soll oder ein Samsung, das zu einem anderen Hersteller soll. Wir kümmern uns für dich darum und sorgen dafür, dass deine Daten auf dem neuen Handy sicher landen und du gleich damit genauso zufrieden bist, wie hoffentlich auch mit deinem alten. Wenn du sonst noch Fragen zu unserem Kümmer-Service hast, dann sind wir gerne für dich da, per WhatsApp, Telefon oder natürlich immer persönlich im Laden. Bis dahin, mach's gut. Tschüss. Tschüss.